Kommt im Sommer eine Rezession? Wenn man jetzt von Deutschland ausgeht, dann ist das sowieso schon fast klar. Das wäre hier jetzt auch gar keine Nachricht. Aber es gibt jetzt auch wieder Stimmen, die das auch für die USA erwarten. Und das wäre dann schon eine Überraschung. Die hätte auch eine große Tragweite dann für die Börsen. Und in dem Zusammenhang hier jetzt heute natürlich auch der große Zahlenkrimi gestern von NVIDIA und die Frage, was hält Gold eigentlich gerade so weit oben? Und kann es vielleicht sogar noch viel weiter steigen? Morgen geht die Welt unter, sagt ein Münchner zum anderen. Aber da sagt der andere nur, mocht nix, da bin ich in Freising. Ein ganz alter Witz hier aus München, aber gleichzeitig natürlich schon hochaktuell, weil man sieht erstens dran, noch nicht mal der Weltuntergang reißt noch irgendwem vom Hocker. Und zweitens, je wie man drauf ist, kann man durchaus der Meinung sein, dass bestimmte Dinge, für die muss man sich nicht interessieren, auch wenn sie vielleicht ja schon eine gewisse Tragweite hätten. Hier in München, da war jetzt gerade Sicherheitskonferenz. Das ist das Davos für die Erwachsenen mit dem üblichen Verkehrschaos natürlich auch und versiegelten Gullideckeln und so weiter. Aber was ist passiert, außer vielleicht, dass Annalena Baerbock anscheinend ein Frauenfrühstück mit Markus Söder boykottiert hat oder irgendwie so war es ja, passiert ist. Die Beteiligten sind alle sehr besorgt. Ich kann mich jetzt zwar an keine Sicherheitskonferenz erinnern, an der sie das nicht gewesen wären, aber klar, in letzter Zeit, da gab es dafür auch ein paar ganz gute Gründe. Warren Buffett hat ja mal gesagt, wenn die App kommt, dann sieht man, wer ohne Badehose dasteht. Und Warren Buffett interessiert sich für die Sicherheitskonferenz jetzt wahrscheinlich nicht so besonders. Der sitzt wahrscheinlich gemütlich in Omaha und trinkt eine Kirschkola. Aber das Bild passt trotzdem. Die Ebbe ist plötzlich da und speziell die Europäer, die NATO-Partner der USA, die haben jetzt das Gefühl, dass sie doch ziemlich nackig dastehen irgendwie. Natürlich sind die Zeiten schwierig. Die Frage ist, soll und muss das auch für die Börsen irgendeine Rolle spielen? Weil im Moment tut es das ja überhaupt nicht. Ist ja auch bekannt. Der DAX zum Beispiel, der ist weniger als ein halbes Prozent unter seinem Rekordhoch vom Freitag. Und in den USA, da läuft es ja sowieso. Es gibt immer neue Indikatoren, die zeigen, wie euphorisch man gerade wieder ist. Der Neueste, das ist der Financial Stress Indicator von der Bank of America. Der setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen, nämlich zum Beispiel, wie hoch ist die Volatilität? Wie viele Absicherungsinstrumente werden gerade gekauft für den Markt? Was kosten diese Absicherungsinstrumente? Und welche Wahrscheinlichkeit wird eingepreist dafür, dass der Markt fällt? Und so weiter. Und beim breiten S&P 500 Index zum Beispiel, da ist die eingepreiste Wahrscheinlichkeit, dass der Markt die nächsten sechs Monate um mehr als zehn Prozent fällt, nur bei neun Prozent. Alles in allem, die Marktteilnehmer, die spüren also immer weniger finanziellen Stress. Sie werden immer sorgloser, sodass man bei Goldman Sachs gesagt hat, jetzt sind wir wieder bei der Peak Euphoria. Die Euphorie ist wieder am Anschlag. Wir sind wieder da, wo wir 2021 waren. Jetzt kann man natürlich sagen, Euphorie auf drei Jahres hoch, naja, klingt jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Und unterm Strich ist es in den drei Jahren ja auch gar nicht mal so schlecht gelaufen. Hier haben wir den S&P 500 Index und die Euphorie-Spitze von vor drei Jahren, die habe ich auch mal angekringelt. Und da sieht man schon, die war jetzt nichts, was man jetzt hätte verwenden können, so als unmittelbares Verkaufssignal, weil die Rallye, die ist dann monatelang noch weitergelaufen. Und ab 2022, da ist dann natürlich wirklich eine größere Korrektur gekommen, weil dann war ja natürlich auch der Ukraine-Krieg und die Inflation und das alles. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, was das doch für eine Euphorie war 2021. 2021, mitten in der Pandemie ja auch mit diesen ganzen Meme-Stocks und den vielen Kryptowährungen, also eben nicht nur Bitcoin, sondern ja tausend andere merkwürdige auch. Und vor allem, das hier ist die US-Inflation nochmal mit der Super-Euphorie hier eingezeichnet und mit dem Ukraine-Krieg auch. Mit dem ist die Inflation ja nicht losgegangen, sondern da war das Schlimmste ja fast schon vorbei. Die Inflation ist 2021 schon durch die Decke gegangen und die Börsen sind aber trotzdem blind hochgerast, immer weiter und alle haben gedacht, ist bestimmt kein Problem, da passiert schon nichts. Und das ist das Euphorie-Niveau, das wir jetzt aber auch wieder haben. Hoffentlich sind unsere Argumente diesmal besser. Was jetzt natürlich schon mal gut ist, die Inflation ist ja zurückgegangen. Das ist mal das Erste, auch wenn es die letzten Monate dann doch wieder zäh war. Und die große Überraschung jetzt letztes Jahr, dieses Jahr, das ist aber das amerikanische Wachstum. Das ist eben trotz hoher Zinsen nicht wirklich zurückgegangen. Das Ganze ist natürlich auch angetrieben worden durch die immens hohe Neuverschuldung in den USA. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und hier in meinem Video vom 13. November, da haben sie das auch nochmal ganz ausführlich. Und in dem Zusammenhang, ich freue mich natürlich immer über neue Kanalabonnenten hier. Unterstützen Sie mich da, dann kann ich auch in Zukunft solche Videos machen. Danke schon mal dafür. Aber gut, woher das Wachstum herkommt, das ist jetzt mal egal. Jedenfalls, wer vor einem Jahr gesagt hätte, das Wachstum in den USA geht nicht zurück, da hätte jeder gesagt, das ist ja völlig naiv in so einer Konstellation. Aber jetzt ist es eben der Konsens, wir werden da keine harte Landung haben, wir werden auch keine sanfte Landung haben, sondern wir werden gar keine Landung haben. Die Welt ist da völlig perfekt. Aber interessanterweise, genau jetzt kommen eben doch wieder ein paar an und sagen, dieses Thema Rezession, das ist nicht vom Tisch. Das Chefsvolkswirt zum Beispiel von Apollo Global Management, Thorsten Slööck, der sagt, eine sanfte Landung wird immer unwahrscheinlicher und die Gefahr wächst, dass das Ganze jetzt doch mal kippt, weil die hohen Zinsen für die Verbraucher und für die Unternehmen, die treffen die am Ende eben dann doch. Und natürlich auch den Gewerbeimmobilienmarkt, da sieht man es ja schon ganz deutlich. Und in die gleiche Kerbe haut auch die Citigroup, der US-Chefökonom Andrew Hollenhorst, der sagt sogar noch härter, es gibt keine sanfte Landung, sondern im Sommer sind die USA in einer Rezession. Die hohen Zinsen holen uns ein, die Inflation geht nicht richtig zurück, der Immobiliensektor ist schon angeschlagen und jeder zwölfte amerikanische Kreditkartenbesitzer ist schon zahlungsunfähig, kann seine Schulden nicht mehr zahlen. Im Moment sieht zwar alles noch ganz gut aus, aber das geht jetzt schneller, als man denkt. Man muss das jetzt nicht alles 100% verbahre Münze nehmen, was die sagen natürlich, aber man muss sich auf der anderen Seite schon klar sein, man kann alles anders sehen und es wird eben zum Teil auch ein bisschen anders gesehen. Und das heißt wiederum, der Aktienmarkt ist eben vielleicht doch ein bisschen zu sorglos. Und die Citigroup, die ist sowieso ziemlich hart drauf, der Kollege AK Stoschi, der Rohstoffchef, der hat auch Prognosen rausgehauen und der hält es für möglich, dass Öl Ende 2025 bei 100 US-Dollar steht und Gold bei 3000 US-Dollar. WTI-Öl ist jetzt ungefähr bei 78, das ist noch nicht völlig abwegig. Aber Gold ist ja gerade mal so bei 2025 Dollar im Moment. Das ist der Fünfjahres-Chart hier von TradingView. Und auf dem Niveau hält sich zwar auch schon eine Weile, aber das letzte Rekordhoch, das war ja auch nur so bei 2100 Dollar. Und 3000, das wäre jetzt eben doch nochmal ein Anstieg um fast 50%. Und überhaupt, warum steht Gold eigentlich so hoch? Die physische Nachfrage, die ist ja 2023 um 5% zurückgegangen. Und die Schmucknachfrage und die Nachfrage nach Barren und auch die Nachfrage der Notenbanken ist zurückgegangen. Und auch die ETFs haben massiv Gold wieder rausgehauen. Und gleichzeitig ist die Produktion aber nochmal um 1% gestiegen. Und ich habe es neulich schon besprochen hier auch, auch die ganze Geschichte mit der Inflation und mit den Realzinsen, das haut auch nicht mehr so richtig hin mit Gold. Die Inflation geht runter, die Zinsen sind immer noch hoch. Wir haben eigentlich zum ersten Mal seit Jahren positive Realzinsen wieder. Und das hier ist von Bloomberg Gold und die Realzinsen. Normalerweise ist es ja gegenläufig und Gold wäre jetzt fällig. Aber den Zusammenhang gibt es erstaunlicherweise nicht mehr seit ungefähr einem Jahr. Also was hält Gold oben? Sehen wir beim Goldpreis vielleicht eben diese ganzen Sorgen, diese geopolitischen Konflikte auch, die gefährliche Welt da draußen. Man könnte das schon meinen, aber dagegen spricht natürlich, dass man bei allem anderen wieder komplett sorglos ist. Und was ist das für ein Argument mit dem Goldpreis für 3000 Dollar? Das ist ganz interessant, weil Aka Stoschi, der sagt nämlich, es ist wahrscheinlich, dass die Notenbankenkäufe dieses Jahr doch wieder stark steigen. Das Ganze sei eben eine Sache, die jetzt losgetreten worden ist, die schleichende D-Dollarisierung. Der Dollar als Reservewährung, der wird mehr und mehr ersetzt von den internationalen Notenbanken. Das kann man eben auch nicht mehr zurückdrehen. Also doch Geopolitik. Und der zweite mögliche Kurstreiber sagt ja, das wäre dann wieder eben eine Rezession. Also wenn das Wachstum in den USA eben doch zurückgeht und wenn die Zinsen, FED, dann die Zinsen stark senken muss, obwohl die Inflation das noch nicht so hergibt. Also ein Stagflationsszenario. Das hält er selber für nicht so wahrscheinlich, aber immerhin eben auch möglich. Und das käme dann zu dieser D-Dollarisierung noch dazu. Und die BMO, die Bank of Montreal, die sieht das auch ähnlich. Die sagt sogar, das mit den Realzinsen, das soll man jetzt mal vergessen. Das ist nicht mehr das Thema für Gold. Gold hat jetzt ein neues Narrativ. Und das ist eben die Diversifizierung der globalen Notenbanken weg vom Dollar. Und auch wenn die Käufe da letztes Jahr ein bisschen zurückgegangen sind, aber der Trend an sich sei da bei den Notenbankenkäufen, ganz klar. Ist eine hochinteressante Sache. Muss man jetzt also die Überzeugungen zu Gold, die man jahrelang gehabt hat, muss man die jetzt wirklich aufgeben? Weil ich persönlich habe ja noch eine andere Theorie, nämlich die, dass Gold eben im Moment nicht mehr der Schutz ist vor Geldentwertung und Inflation und Risiken und solchen Dingen für die Anleger, sondern genau das Gegenteil, dass es inzwischen nämlich auch ein Risiko-Asset geworden ist, dass man kauft wie alles andere auch, wie Aktien, Kryptowährungen, Hochzinsanleihen und so weiter. Dass es also von Sorglosigkeit profitiert und nicht mehr umgekehrt. Aber das wird wahrscheinlich nicht ewig so weitergehen, weil je nachdem, ob jetzt eben eine Stagflation kommt oder eine ganz sanfte Landung, aber irgendwann werden sich Gold und der Aktienmarkt auch wieder ein bisschen voneinander abkommeln müssen. Und der Aktienmarkt, von dem sagen ja sowieso im Moment viele, das sind doch gerade in den USA sowieso nur noch diese sieben großen Technologiekonzerne, die glorreichen sieben und sonst passiert da ja eigentlich nichts mehr. Und da haben wir gestern ja den großen Zahlenkrimi gehabt bei Nvidia. Natürlich ein tolles Unternehmen, aber nach dem Anstieg hier in letzter Zeit, das hier ist jetzt nur mal der Einjahres-Chart, schon da haben sie sich ja mehr als verdreifacht. Aber nach dem Anstieg, da haben jetzt viele Anleger doch ein bisschen Bammel gehabt. Und sie ist am Dienstag um mehr als 6% gefallen, dann gestern auch noch mal um fast 3% und dann aber Gott sei Dank nachbörslich gute Zahlen. Und dann ist sie wieder um 14% hochgeschossen. Sie haben die Erwartungen natürlich schlagen müssen. Alles andere wäre das komplette Desaster gewesen. Und man kann es kurz machen, sie haben sie geschlagen, Umsatz mehr als verdreifacht, der Umsatz mit Datenzentern verfünffacht, der Gewinn verachtfacht, eine Bruttomarsch von 77%, also alles absolut perfekt, sodass man eigentlich sagen könnte, okay, die Aktie ist immer noch ein Kauf. Aber das Ganze war trotzdem einfach auch eine Warnung, weil jeder weiß, Nvidia ist toll. Aber jetzt hat man eben gesehen, bei der Bewertung und bei den Erwartungen, da muss jetzt alles passen. Und auch die KI-Story an sich, jetzt wo alle da schon so dick investiert sind, das ist jetzt eben auch nicht mehr die große Langfrist-Story und die große Zukunftsvision, sondern da läuft es wie bei allem anderen auch. Von Quartal zu Quartal. Und es muss jedes Mal passen. Und wer nicht liefert, der ist eben weg. Siehe Tesla, Tesla haben da sowieso nie so richtig reingepasst in diese Siebener-Gruppe. Aber da sieht man jetzt eben nicht mehr nur die große Vision am Markt. Und sie haben sich eben von ihrem Hoch 2021 inzwischen auch mehr als halbiert. Aber bei den echten glorreichen Sieben, da war es ja auch so. Es war ganz genau so. Da hat ja auch mehr als die Hälfte das Ganze noch nicht mal überlebt. Und das nur im ersten Film. Es sind noch andere wichtige Dinge passiert die letzten Tage. Das interessiert die Börsen vielleicht nicht so großartig. Aber allen voran Alexej Nawalny. Gestorben in einem russischen Straflager. Und da stellt man sich schon die Frage und stellt fest, hier bei den YouTubern, bei den Einschlägigen, da ist plötzlich Schweigen im Walde bei dem Thema. Das Putin-Interview mit Tucker Carlson, das haben sie alle noch hoch und runter gegeigt. Weil klar, man will ja aufklären und unabhängig informieren. Aber Nawalny hat dann nicht mehr großartig stattgefunden. Der passt dann anscheinend nicht mehr so ins aufgeklärte Weltbild. Wobei ich sagen muss, dieses Putin-Interview vom Grundsatz her fand ich das auch nicht ganz falsch. Weil die Leute, diese Leute, die erzählen einem ja wirklich nur noch was, wenn sie mal Zeit bekommen und wenn sie auch nicht von vornherein in der Verteidigungshaltung sind. Und wenn man es dann hat, so ein Interview, dann sieht ja jeder selber, was er davon hält. Aber es wäre natürlich schön, wenn andere Politiker auch mal so eine Ehre zuteil bekommen würden und nicht nur Wladimir Putin. Und wer natürlich auch nicht in jedes Weltbild passt, Julian Assange. Seit fünf Jahren jetzt in einem britischen Hochsicherheitstrakt. Jetzt kämpft er in seinem letzten Verfahren gegen die Auslieferung in die USA. Und ich kann mich noch gut erinnern, zum Beispiel an einen Beitrag von Alex Loh in der South China Morning Post. Der hat geschrieben, wenn Assange ein chinesischer Journalist wäre, dann gibt es wahrscheinlich keinen Politiker im Westen, der nicht lautstark dagegen protestieren würde, das, was da passiert. Und sie würden ihm vielleicht sogar den Friedensnobelpreis anbieten. Ich weiß, man kann das nicht eins zu eins vergleichen, China und die USA. Aber das Ganze ist natürlich schon ein brutal dunkler Fleck hier auf unserer weißen westlichen Weste. In den USA drohen ihm 175 Jahre Haft. Aber Leute wie Tucker Carlson oder Richard David Precht, die laufen hier immer noch frei rum. Was will man machen? Was will man tun? Sagen sich wahrscheinlich auch viele Anleger. Natürlich ist es auch völlig klar, man kann jetzt nicht immer gleich alle seine Aktien verkaufen, wenn irgendwas auf der Welt schlecht läuft, weil dann hätte man nie welche. Trotzdem, ich glaube eben schon, dass der Markt unterm Strich zurzeit ein bisschen zu sorglos ist, sich ein bisschen zu wenig Sorgen macht. Ich persönlich mache mir ein paar Sorgen mehr. Aber das wissen Sie ja, wenn Sie meine Videos kennen. Wenn Sie meine Videos nicht kennen, zum Kanalabo geht es hier unten. Und morgen bin ich in Freising. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020